und besitzt damit eine ungünstige Ausgangsposition vor der Rückbegegnung in zwei Wochen. Das Wetter in der Nacht klar und niederschlagsfrei, morgen sonnig und trocken, die tiefsten Nachttemperaturen an der Küste bei 4, sonst 2 bis minus 2 Grad, die Tagestemperaturen morgen 12 bis 14 Grad, meistmäßiger Südostwind. Nachts besonders auf Brücken, Ausbildung von Reifglätte. Radio Mecklenburg-Vorpommern brachte Ihnen Nachrichten. Die Redaktion hatte Frank Wischniewski, gesprochen wurden sie von Ruth Rasch. Es ist 23.05 Uhr. Komm back, baby, komm back. Baby, komm back. Baby, komm back. They said the first time until today, that you have run away. I'm asking you for the first time, so maybe nobody stay, alright? Yeah, alright. Yeah, alright. Yeah, yeah. Yeah, come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, baby, don't you leave me. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Come back, baby, don't you leave me. Baby, baby, please don't go. Oh, won't you leave me a second chance. Baby, I love you so much. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Come back. I said, baby, come back. Oh, won't you leave me a second chance. Baby, come back. I'm a baby. Baby, come back. I said, baby, come back. Oh, won't you please come back. I'm a baby, come back. Oh, baby, come back. Ja, Radio Mecklenburg-Vorpommern und die Ferienwelle-Diskutik am Dienstagabend. Hallohchen zur letzten Stunde herzlich willkommen. Schön, dass Sie noch da sind. Wir haben mit einem Uli begonnen, die Equals Baby Comeback. Das ist vielleicht...